Hallo liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir sind heute hier wieder bei BraveCraft. Und ich bin heute mal nicht alleine bei BraveCraft, nein, heute habe ich sogar einen kleinen Freund dabei. Obwohl ich weiß nicht, ob er klein ist, aber das ist der Sanrillas. Guten Tag. Sag mal, hallo Sanrillas, achso hast du ja schon. Gut, ja, der Sanrillas, der befindet sich jetzt schon auf dem Server, ja, der, äh, ja, der ist halt an seinem, ja, ihr habt dieses hässliche Ding da gesehen, genau, das da, äh, da ist er am Bauen. Und, ähm, ich weiß gar nicht, kann man den eigentlich von meinem Haus aus sehen? Hier genau dieses kleine Ding da, das ist sein Haus da. Ja, also ihr seht, das ist nicht gerade groß, ja, da passt vielleicht ein Creeper oder so rein. So, also. Maximal. Maximal, maximal, ja. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, er meinte, er wird denjenigen erschlagen, der bei ihm ein Feuer legt. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich irgendwo einen Feuerstein habe und dann, äh, obwohl die neue Miet müsste auch gehen. So, warte mal, ich komme mal vorbei, ja, ich mache mal ein bisschen, Lava habe ich, Lava ist auch gut. Tu das, tu das. Ach, du kennst die Regel gar nicht, was passiert, wenn jemand meinen Baum kaputt macht, ne? Welche Regel? Es gibt Regeln? Ja, 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 in dem Fall gibt es Regeln. Ah, was ist denn die Regel Nummer 1? Die Regel ist eigentlich nur, wenn jemand meinen Baum kaputt macht, muss er ihn komplett in Obsidian neu bauen, ohne Cheats. Ach so, und, äh, was ist, wenn ich hier sage, äh, Wayne? Dann sage ich, Tobi, dass du aus dem Projekt fliegen sollst. Und das ist ja unfair. Ja, Connections. Connections, nee. Doch. Okay, Leute, wollen wir es wirklich herausfinden? Wollen wir es herausfinden? Komm, wir finden es heraus. Ich habe eine Axt dabei, ja, und dann... Noch ein Feuerzeug, und dann passt das, dann passt das. Gucken wir mal. Ich muss den Sandrillas auch ärgern, ja, also wir haben ja schon so ein bisschen Kontakt gehabt, so im Team, äh, Teamspeak, äh, jo, das war beim PvP-Event, ganz kurz. Maximal das hier. Ja, genau, ähm, er war nicht ganz auf meinen Abschlusslist, ich war zwar in diesem hässlichen Baum drin und habe mich da ein bisschen verirrt, habt ihr ja gesehen, aber, jo, habe mich ja dann doch woanders hin verkrümelt. Und ich habe länger durchgehalten als er. Das ist auch richtig, aber ich bin im PvP auch die absolute Flasche. Jo, weiß ich nicht, kann sein, mag sein, jo. Nee. Aber wenigstens renne ich nicht wie ein Beklopter im Kreis ums Dorf. Ich renne nicht wie ein Beklopter im Kreis ums Dorf. Hallo, das war alles... Was ist das? Das war alles geplant, ja, das war einfach nur, dass die Leute auch mal nicht nur das Dorf sehen, ja, was hier so schön aufgebaut ist, nein, die sollten auch mal wirklich sehen, ähm, wie es um das Dorf selber herum aussieht, ja. Ja, ja. Aber ich finde das auch wieder toll, ja, bei mir laden die Chunks wieder nicht, äh, sehr verspätet, ja. Vorteil ist, ich sehe diesen hässlichen Baum nicht. Danke. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Kunstwerk. Ja, nein, also, ich möchte dazu sagen, ich respektiere wirklich sein Kunstwerk und die Zeit, die er da reinsteckt, muss ich ja ehrlich sagen, ja. Aber ich finde es auch ganz ehrlich viel zu künstlich. Ich bin doch noch an dem Restlichen dran. Ja. Was glaubst du, warum der Baum sich wohl jedes Mal, nachdem ich aufgenommen habe, so um ein Viertel verändert hat? Äh, Moment. Ich sitze zum Teil eine Stunde auf dem Server vor der Aufnahme und überlege mir, was ich mache. Du sitzt eine Stunde vor dem Server, äh, vor dem Baum, oder was? Ja. Auch nicht schlecht. So. Ich habe ja auch hier eine komplette Notiz liegen, wie ich den Baum jetzt hier oben weiterbaue. Das ist alles durchgeplant. Weil sonst komme ich zu nichts in der Folge. Ich habe ja dauernd Muff dabei und der lenkt mich etwas ab. Och, der lenkt dich echt ab? Warum ist er dann nämlich aus dem Projekt raus, um es mal so auszudrücken? Hä, 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 hä? Weil er bei mir wohnt. Ach so, verdammt. So, jetzt bin ich hier auf deinem Baum. Außerdem farmt ihr mir alles. Ich bin jetzt hier auf deinem Baum, ja? Und weißt du was? Weißt du was? Ha! So! Jetzt habe ich es dir gegeben. Jetzt bist du cool, oder was? Das interessiert ihn gar nicht. Nö, natürlich nicht. Bei dem Material, was hier in dem Baum steckt, gibt mich das nicht mehr viel. Komm ich jetzt wieder rein. Dankeschön. Hallo? Ja, ist der Tag. Hallo, ich... Äh, da! Ja, ist doch hübsch. Ich habe ihn kaputt gemacht. Da! Ja! Toll, ne? Was? Was? Moment. Dankeschön. Ja, Leute, ich gehe dann doch wieder zu meinem Haus zurück. Wo war denn jetzt hier der Ausgang? Äh, ah, hier. Mach keinen Spaß bei dir. Weil ich mich nicht ärgern lasse? Ich habe dir vorhin gesagt, ich bin vorbereitet auf die Folge. Singst du die Melodie der Schlümpfe? Keine Ahnung. Ups. Ups, ups. Das war jetzt nicht so gedacht. Das war jetzt nicht so geplant. Entschuldigung, das war jetzt echt nicht so geplant. So. Ne, das will ich doch nicht. Das will ich doch nicht. Ja, will ich... Oh, no, 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 no. Nein, aber was glaubst du, aus welchem Grund ich wohl derjenige bin im Projekt mit den meisten Toten? Muff tötet mich schon mal öfter. Achso. Von daher ist das, was du da gerade gemacht hast, langweilig. Achso. Okay. Gut. Mich würde es auch nicht wundern, wenn er mich irgendwann vom Baum schmeißt. Das war eigentlich mein erster Gedanke, den ich vorhatte, aber dann dachte ich mir, nee, das kann ich dir nicht antun. Also habe ich jetzt alle deine Betten abgebaut und habe sie mitgenommen. Na, wenn du so viele Gäste hast. Ja, ich habe öfters mal... Uff, ich muss noch mal ganz kurz in dein Haus rein. Ich habe dann damit nichts zu tun, wenn das Haus gleich explodiert. Aaaaah! Hast du TNT unten stehen lassen? Nein, ich habe was viel Schlimmeres. Creeper? Ja. Nein, Tür zu! Ähm, also, ich muss jetzt hier in deinem Haus bleiben, bis der Creeper weg ist. Oder ich lasse ihn rein. Ja, ich bin gleich da. Bekämpfst du ihn? Ja, ich mache das. Bevor du noch stirbst, so ohne Rüstung. Habe ich keine Rüstung an? Ich habe doch eine Rüstung an. Du hast bei mir einen Helm an. Ja, und Schuhe. Also bitte, ja. Die Schuhe, die sind wichtig, ja. Die sind von Dolce und Gabbana. Ach, hier ist auch ein Ausgang. Ja, mit einem Skelett. Aaaaah! Autsch! Alter! Autsch! Ich bin fast tot. Scheiße! Hallo! Also, ich muss sagen, das neue Panorama, findest du, das du hier eingebaut hast, das gefällt mir wirklich bei weitem besser. Ist gleich wieder weg. Ich finde, das hat so ein bisschen was von Tine Wittler, oder? Das so einsatzend für Wänden, jaja. Ja, äh, das finde ich auch, ne. Das war jetzt gerade wahrscheinlich die Tine. Die ist dann jetzt gerade endlich mal wegen ihrer Essstörung dann explodiert. Und, ja, hat dann in dem Augenblick auch gleichzeitig noch bei dir mit renoviert. Tja, passiert, ne? Boah, sag. Klar. Hallo. Pfff, passiert mir täglich. Also, der Mav, der tötet dich einfach immer, oder was? Was ist das denn für ein Asyl? Nein, wir, wir prügeln uns halt hin und wieder in den Folgen. Das Problem ist, ich hatte keine Rüstung, er auch nicht. Er hat ein Diamantschwert, ich ein Holzschwert. So, die Zustände sind bei uns irgendwie ganz komisch. Er farm zwar alles und ich darf bauen, aber er gibt mir auch nichts ab. Warum hast du das denn jetzt ausgewechselt? Das war doch schon noch original. Nein. Okay. Ich krieg dich. Komm her. So. Hab ihn. Auch ein Apfel? Nö, ich hab jetzt gerade voll Energie. Gut, ja. Bei mir sehen die Zuschauer jetzt hier einen Käfig. Weiß nicht, ist das so ein Table-Dance-Käfig oder was ist das da hinten von dem? Nein, das ist Pandas Gehege. Ah, das ist Pandas Gehege. Das sieht aus wie so eine Table-Dance-Gehege. Naja, egal. Nee, nee, das haben wir extra für ihn gebaut. Macht man da jetzt auch vielleicht Table-Dance? Nein. Nein, nein, gut. Okay, wer würde das schon sehen wollen? Revial und Darkness bauen hier. Ja, Revial ist ja nicht mehr mit dabei. Oh, echt? Das war der, mit dem ich als allererstes aufgenommen hatte? Ja, aber er macht nicht mehr mit. Ach, Revial. Nein, nein. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Projekt ihm nicht gefiel. Warum weißt du das nicht? Jedenfalls, weil ich nicht der Leiter dieses Projektes bin. Ja, was machst du denn dann sonst, außer Bäumchen bauen? Äh, hin und wieder lasse ich Leute auf eine Schnitzeljagd gehen. Auf eine Schnitzeljagd? Das heißt? Dass, äh, du dann auf einmal an deinem Haus eine Kiste stehen hast. Mit dem ersten Hinweis zum nächsten Hinweis. Bis du dann bei deiner Kiste ankommst, in der was für dich drin ist. Ich weiß, dass es dann wahrscheinlich 20 Folgen bei mir wären. Bist du des Wahnsinns? Nein, das bleibt ja alles hier im Dorf. Jo, ich wohne aber, äh, nicht auf dem Dorf. Ja, ich wohne hier außerhalb. Aber du, äh, mir fehlen hier noch zwei Betten. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich wollte es nur sagen, also... Ich hab keine Ahnung. Musst du die jetzt in Obsidian nachbauen? Weil du das kannst. Äh, du hattest meinen Comment gelesen wegen den Texturen, ne? Äh, ich hab doch soweit alles, also, äh... Ja, weil du meintest, deine Bettentextur wäre kaputt. Ach so, äh... Ja, müsste ich jetzt nochmal gucken. Kann doch sein, dass es beim Laden der Texturen da einen Fehler gab. Aber... Ah ne, ähm, das liegt daran... Ach genau, ich hab ja das Texture Pack, ähm... Das Texture Pack musste ich mir dann extra nochmal ein 1.7er runterladen. Ich hab das 1.8er drauf, ist mir aufgefallen. Deswegen... Das ist aber kein Problem. Das kann ich mir ja noch das 1.7er runterladen. Bloß ich war einfach zu faul. Und das nur wegen einem blöden Bett. Was ich eh so gut wie nie benutze, weil ich, äh... Ja... Ne? Genau. Nie schläfst. Ich, ich, ich schlafe. Ne, nein, ich bin immer hellwach. Äh, ne, weil ich ja meistens verlaufe. Ja, so viele Folgen hast du ja noch gar nicht. Ja, richtig, ja. Ich, äh, komm auch irgendwie nicht wirklich zum Bauen, weil, ja... Entweder verlaufe ich mich, oder ich, äh, verplapper mich dann mit dir. Darum. Ist jetzt natürlich auch wieder toll. Jetzt hab ich mich wieder schön mit dir verplappert und hab mich nicht in meinen Hausbau gekümmert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich dran war. Ich muss mal mehrere Folgen, äh, kürzer aufnehmen, aber... Also, du bist für 2 eingebucht. Ich bin für 2 eingebucht. Oh. Ich bin für 2 gebucht, Leute, ja? Mhm. Wisst ihr, wie teuer das für ihn war? Boah, fragt nicht nach Sonnenschein. 30 Cent. Was? Oh, verdammt. Bin ich doch so... Du hast einen sehr schlechten Manager. Scheiße. Moment, du bist doch mein Manager. Seit wann denn das? Ja, ich dachte, du managst... Ich geb mir die 30 Cent zurück. Ich dachte, du managst immer schlechte Let's Player. Ich krieg ja nicht mal mich selbst gemanagt. Äh, ja, okay, gut. Weil du es dir so gewünscht hast, ja, toll, da gibt er mir einen Tropensetzling und danach kam dann erst dieser tolle Mod drauf mit den, äh, Bäumen. Das war dann natürlich ein bisschen ärgerlich, waren die ganzen Tropensetzlinge weg. Genau, hier war ich, hier war ich, ah, genau. Ja, und bei mir ist die Texte immer noch verhunzt. Ach, egal. Ja, aber ich hab die halt, äh, repariert, sowohl auf 1,8 als auf 7. Ach so. Ja, egal, komm. So, also, äh, wir machen jetzt hier uns so eine Vorbereitung für eine Orgie. Vier Betten nebeneinander. Solange ich nicht mitmachen muss. Vier Betten nebeneinander, ja. Äh, wir haben dann hier den... Azel, den Sandrillas, den Marv und den Troplay. So, müssen die nur noch mal vorbeikommen. Ähm... Na, Sunny? Hast du eigentlich schon mitgekriegt? Der Panda hat sein Gehege abgeschlossen. Echt? Spandal. Ja. Mit Better Storage. Weil ihm dauernd irgendwas geklaut wird. Ja. Also, man kann in meiner Folge wirklich sehen, ich bin unschuldig. Weil ich nehme, so wie auch bei unserem Minecraft-Sky-Family-Projekt, nur dann auf, wenn ich auch auf dem Server bin. Alles andere finde ich irgendwie... Weiß nicht. Klar, äh, die Zuschauer, die wollen wahrscheinlich auch nicht sehen so von wie, ah, der baut schon wieder irgendwas langweiliges. Das dauert wieder Stunden, äh. Dann ist das halt so. War jetzt knallhart, oder? Ja, absolut. Absolut, ne? Ja. Nicht so wie Herr der Sandrillas, der da irgendwo so ein Baumhaus dahin klatscht und dann so alle 50 Folgen so, guckt mal, wie ich da das Baumhaus gebaut habe. Das ist riesengroß. Oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Danke, ich weiß, ich weiß, ich weiß, danke. Ah, ja. Ihr merkt, der Sunny und ich, wir mögen uns. Absolut. Ah, 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 ja. Ab. Ich hasse dich, du Drecksack. Gut, das wollte ich hören, danke. Meine Güte, ey. Kein Problem. Immer diese Schleimer, ey. Gutes Personal ist heute auch schwer zu finden. Bist du dir da sicher? Ja. Gut. Dann wenigstens einer. Weißt du, was schlimm ist, auf 1.8 zu spielen und auf 1.7.10? Weil man dauernd denkt, man hat Sachen, die es aber erst in 1.8 gibt. Nein, wegen den Zäunen. Achso, okay. Die Zäunen. Ich vermisse dauernd meine Banner, weil ich hätte unglaublich gerne welche, die ich am Baum aufstellen kann. Und die kriegst du erst mit 1.8. Die vermisse ich dann immer so ein bisschen. Aber ein Vorteil hat dieses Projekt übrigens noch im Vergleich zur Sky Family. Und zwar folgendes, wenn ich tot bin, darf ich respawn und muss nicht die Folge beenden. Ja, stimmt. Ja. Das hat dich schon mitgekriegt von deinem Projekt. Das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil. Ja, bei 13 Toten hätte ich sonst sehr wenig Folgen. Ich bin jetzt bei 28. Ne, die Folgenanzahl wäre ja immer noch die gleiche. Ja, aber sie wären sehr kurz. Sie wären kurz, ja. Und du jetzt, klar, ein paar Aussetzer, was die Folgen angeht. Ja, so ist es ja nicht, ne. Darf man ja nicht vergessen. Bei uns ist es ja so, dass du dann, ähm, äh, wenn du eine Folge, also wenn du jetzt beispielsweise 7 Folgen für diese Woche aufnehmen würdest, ne? Ja. Ja. Ja, soweit schon mal verstanden, ne? Ähm, und du stirbst in einer Folge. Dann musst du einen Tag aussetzen mit dem Hochladen. Also so gesehen hättest du eigentlich mal eine Pause. So von mir, oh, kann ich einen Tag, hab ich dann Puffer. Ja, dafür haben dann andere dann so Zwischenprojekte. Ja, ich hab dann meinen Vanilla-Minecraft, äh, der Easyplay, der hat ja dann, äh, ich weiß gar nicht. War das jetzt das Galaxy? War das jetzt das... Boah, der hat so viele auch wieder dazwischen. Naja. Sag mal, ähm, Sani. Ich nenn dich jetzt einfach mal Sani, ne? Weil, äh, Sanrillas, das klingt zu lang, ne? Ja, das ist kein Problem. San reicht auch. Tun die meisten. San? Ne, das klingt so asiatisch so. Egal. Ähm, hast du auch Konsolen oder Konsolenspiele oder sowas? Ähm, ich hab leider mit der Playstation 1 aufgehört mit Konsolen. Echt? Ja, weil der Punkt ist halt einfach, ich bin grundsätzlicher Computerspieler. Mhm. Gerade, weil viele mir auch immer gesagt haben, so von wegen, ja, Shooter auf der Konsolen, macht voll Laune. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette. Ich auch nicht. Da bin ich zu blöd für. Dann bin ich noch blöder. Und, ähm, der Punkt ist halt einfach, dass ich so sehe, dass mein PC, den kann ich immer aufwerten, wann ich will. Und das kannst du mit einer Konsole einfach nicht bewerkstelligen. Das heißt, sobald die Next-Gen-Sachen rauskommen, sind die zurzeitigen mehr oder weniger hinfällig. Und mein PC kann ich einfach für, keine Ahnung, 200 Euro so aufrüsten, dass er selbst die Next-Gen-Spiele locker machen kann. Mensch, du bist mir richtig sympathisch, warum haben wir uns noch nicht früher kennengelernt? Äh, keine Ahnung, weil Tobi meinte, er müsste Bravecraft erst jetzt schachten. Achso. Also er ist mal wieder schuld. Ja, echt unmöglich, ja. Den Schrein des Odin hast du aber gesehen, oder? Äh, nö. Aber, äh, ich bin sowieso immer noch sauer auf Odin. Vergiss das nicht. Er hat doch seine Folge da gemacht, ja, wo er dann da die ganzen einzelnen Bauwerke vorstellt. Ja, ich weiß, weil er gedacht hat, das wäre meins. Echt. Aber er wird das beim nächsten Mal berichtigen. Sicher? Ja, ich hab ihn schon drauf angesprochen. Aber ich dachte, er hat auch mit dem Projekt aufgehört. Ja, aber er macht jetzt unseren News-Bericht über das Spiel. Das macht er jetzt jede Woche. Ah. Okay. In dem Sinne so ein bisschen, äh, was hat sich in der Woche verändert. Ah. Wobei ich persönlich sagen würde, als zweiwöchentliches Format wäre es vielleicht sinnvoller, weil so viel verändert sich in der Woche einfach nicht. Entweder zweiwöchig oder halt, äh, mich dann immer auslassen, bitte. Ach so, weil bei dir nie was kommt, oder wie? Ne, alle, bei mir kommt doch, äh, höchstens zweimal in der Woche. Ja gut, bei mir kommt viermal in der Woche. Ah, siehste. Ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, ja. Also ich starte ja jetzt auch dann nächste Woche Freitag nämlich mit einem neuen Projekt. Mhm. Oh, was denn? Oder dürfen die Leute das noch nicht wissen? Ja doch, sie können es ja ruhig schon wissen. Und zwar nächste Woche Freitag, also den 24.10. Hinten, ich weiß noch nicht welche Uhrzeit, das werde ich dann so spontan entscheiden, je nachdem wie, äh, man mich von dem Spiel wegkriegt, werde ich mit, äh, Bayonetta 2 beginnen. Eine sexy Hexe, die ein bisschen auf sadistische Sachen steht. Und das ist halt so ein Hack and Slay und das, äh, ja. Ja, ich kenne Bayonetta. Kennste, ja. Und Bayonetta 2 ist ja Exklusiv-Titel, ne, du weißt ja, oder? Ja. Diese Exklusivität, die es da gibt, ja. Und da dachte ich mir, gut, dann bin ich mal exklusiv und hole mir das mal. Ja, das Projekt, was ich machen möchte, da habe ich leider noch so ein bisschen Probleme mit. Oh, warum? Weil ich es nicht darf. Ach, du bist noch keine 18? Nein, nicht deswegen. Du hast eine Freundin? Ich, nein, nein, ich habe die E-Mail rausgeschickt, aber bisher noch keine Antwort bekommen, weil das Spiel noch in der Alpha ist. Aha. Ah, du hast also mit so einem Publisher oder mit so einem Entwickler da so ein... Ich habe eine E-Mail geschickt an Blizzard Entertainment, ja. Ah. Für, äh, für Heroes of the Storm. Ah, okay. Aber ich habe bisher noch keine Antwort und du darfst keine Alpha-Spiele einfach hochladen, genauso wenig wie Beta-Spiele. Das haben Publisher nicht so gerne. Hm, ja, 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 richtig. Bei Blizzard darfst du es allgemein nicht, aber das ist eine Sache, die muss man jetzt hier nicht in dem, ja, wie du es wahrscheinlich schon andeuten wolltest, nur mit Genehmigung. Exakt. Genau. Und da muss man halt dann auch vorsichtig sein. Also, falls ja auch andere Let's Play sind... Äh, wir sind hier gerade übrigens schon bei 20 Minuten fast, ne? Hä? Ja, wir müssen jetzt aufhören. Exakt. 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 Gut. Wir verplappern uns also. Jo, dann, äh, weil wir uns jetzt gerade verplappt haben. Gehen wir mal raus. Sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss. 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 Tschüss.